Für die Rubrik die besondere Exponentialfunktion mit der Basis e. Hier jetzt noch ein Parameter mit dabei, also eine Funktionschar. Zwei Aufgaben, nämlich einmal sollt ihr a bestimmen, sodass es nur eine Nullstelle gibt. Und dann sollt ihr a bestimmen, sodass der Punkt p3, 90e hoch 3, auf dem Graph zu f a von x liegt. Könnt ihr hier einmal rausschreiben, dann selbst probieren. Dann, jetzt der Start, es soll nur eine einzige Nullstelle geben, also bei 1 halb mal x plus 2 mal 3x plus a hoch 2 mal e hoch x gleich 0. Mathe, Vokabel erkannt, Gefahr gebannt oder Struktur erkannt, Gefahr gebannt. Multipliziert jeweils die einzelnen Teile, Satz vom Nullprodukt. Hier können wir direkt rausziehen, dass x gleich minus 2 auf jeden Fall eine Nullstelle ist. Wenn es keine weitere geben darf, dann muss doch hier für x minus 2 eingesetzt das Ganze auch 0 sein. Also der Ansatz 3 mal minus 2 plus a muss auf jeden Fall, das soll ein a sein, gleich 0 sein. Das Ganze 3 mal minus 2 minus 6 rübergebracht, wäre für a gleich 6 der Fall. Also für a gleich 6 haben wir wirklich nur eine einzige Nullstelle. Im zweiten Teil ist ein Punkt x und y-Wert vorgegeben, also schnappen wir uns hier das ganze Paket. Hier kommt der y-Wert raus, wenn ich entsprechend für x einsetze. Also 90 e hoch 3 soll rauskommen, wenn ich für x entsprechend 3 einsetze. Hier für 3 eingesetzt, 3 plus 2 ist 5, also mal 5 mal hier 3 eingesetzt. 3 mal 3 ist 9, also 9 plus a hoch 2 mal e hoch 3. So, bevor man hier jetzt ausmultipliziert, vielleicht mit binomischer Formel einmal gucken, ob man schon was machen kann. Man sieht jetzt hier eigentlich, hier wieder alles multipliziert, ja, sprich hier zwar 9 plus a, aber in Klammern hoch 2 mal e hoch 3 mal 5 mal 1 halb. Also kann ich doch e hoch 3, ja, durch e hoch 3 teilen, bleibt übrig 90 gleich. Hier 5 halbe mal 9 plus a hoch 2, ja, jetzt noch nach a umstellen. Ich habe ein separates Video zum Thema Schreibweisen mit Äquivalenzzeichen und ganz am Ende. und oder, ob bei Nullstellen, hier geht es mir jetzt wirklich nur um das Lösen. Hier jetzt durch 5 halbe, ich teile durch ein Buch, indem ich mit dem Kehrwert mal nehme. Also durch 5 mal 2, durch 5, kann man alles jetzt noch im Kopf machen, mal 2 wäre 36 gleich 9 plus a in Klammern hoch 2. Die Wurzel ziehen, hätten wir plus minus 6 gleich 9 plus a und dann noch minus 9 rüber, haben wir einmal minus 6 minus 9 wäre minus 15 gleich a1, ja, oder eben als andere Möglichkeit 6 minus 9 wäre dann a2 gleich minus 3. Hier haben wir zwei Lösungen. Auch wieder, keine Angst vor Parametern, immer gut nochmal sich deutlich machen, worum geht es. Im ersten Teil ging es um Nullstellen, hier ging es jetzt um einen Punkt. Dann kann es um Extremstellen, Wendestellen gehen, was auch immer. Rausschreiben, die Mathevokabel erkennen und dann solltet ihr easy durchkommen.